Ja, tun sie ja. Wo siehst du, Verwundete? Siehst du noch einen Feind hier? Ah. Ein Invertrieb wird direkt kommandiert. Jetzt machen wir weiter. Hübsche Waffe. Infanterie rückt zur Markierung vor. Watt, 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 watt. Ne, hier, komm. Zum letzten Mal als Team. Alle Einheiten zur Position vorrücken. Also gut, ich denke, das hätten wir. So. Gut gemacht, Männer. Das nächste Mal wird es dein Ernst. Tutorial abgeschlossen. So, dann können wir ja die Mission starten. Was kommt jetzt? Noch ein Tutorial, oder was? Verteidigen Sie die Fabrik, indem Sie die wichtigsten Außenkomponenten schützen. Der Ort, eine moderne Drohnenanlage. Basis Spectre, Indien. Verteidigungspunkt 1, Netztransformator. Nummer 2, Kühlturm. Nummer 3, Kommunikationssatellit. Aha. Gut. Machen wir mal. Keine Ahnung, was das bringt. Aber egal. Himachal Pradesh, Nordindien. Immer noch 2025. Die Basis Spectre. Feindliche Truppentransporter benötigen noch eine Minute. Alle Einheiten am Boden schaffen einen sicheren Bereich. Die Satellitenkommunikation der Transformator und der Kühlturm versorgen die Tore der Basis mit Strom. Wenn zwei davon ausfallen, hat der Feind Zugang zum zentralen Hauptrechner. So. Ich habe jetzt dieses Ding hier. Du beschützt das da. So. Die 2 geht mal... Nein! Ähm. Komm da. Äh, die 5. Verteidigt. A. Die 3 haben wir hier bei C. Das ist gut. Und die... Die 1... Haben wir einmal da. Und einmal da. Sehr schön. 10 Minuten geht das. Beziele auf weisliche Infanterie. Direkte Klaussteuerung übernommen. Achtung. In der Formation. So. Greife feindliche Infanterie an. Zack. Oh, das sind auch Gegner hier. Ein Formator wurde beschädigt. Ein Treffer. Ja, nicht nur ein Treffer. Greife feindliche Infanterie an. Ein Mann ist verwundet. Hallo. Geschütz unter meiner Kontrolle. Nee, ich will nicht das Geschütz. Hier. Okay, dann gehen wir mal zur 5. Wow. Ähm. C wird angegriffen. Unter direkter Kontrolle. Ähm. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Wurde beschädigt. Verteidigung koordiniert. Komm schon. Geh kaputt. Hekka-Modul wird manipuliert. Die sind uns los. Komm schon. Ach, du Heiliger. Der Kühlturm wurde beschädigt. Verteidigung koordiniert. Was ist denn das da oben? Wir verlieren den Kühlturm. Einmal ist vor 100. Ziel auf Feind. Ziel passiert. Der Kühlturm wurde beschädigt. Verteidigung koordiniert. Lass die Sörbe-Helle. Komm schon. Bemerkung abgesetzt. Egels am Boden. Der Becker-Geräte wird angegriffen. Wir müssen die Oberhand gewinken. Erwischt. Okay, ich geh mal wieder zu diesem Schmuckstück hier. Hey, was macht ihr denn da? Vorrufen zum Sicher. Siegler auf feindliche Infantrie. Der Feind hat den Kühlturm zerstört. Ein feindlicher Truppenkasten die Satellitenantenne hat. Alles klar. Soll ich die zwei... Bestätigt. Nee. Ein Mann getroffen. Hey, warum drehst du dich um? Der Varkum kommt zur Hilfe. Abschluss bestätigt. Reise feindliche Infantrie an. Ein Mann ist verwundert. Wo siehst du die Feindaktivität? Ich seh nix. Greife feindliche Infantrie an. Ein Mann ist verwundert. Erwischt. Gefahr in vier. Feindliche Truppen greifen die Satelliten. Okay, Nummer drei. Wird direkt kommandiert. Feuere auf feindliche AGDs. Haben wir C schon verloren? Ach, wir haben C verloren. Ein Satellitenantenne steht unter Besuch. Ein Treffer. Ähm, drei. Geht mal hier hin. Infantrie rück zur Markierung. Wir haben C sowieso schon verloren. Geschützkontrolle bestätigt. Okay. Abwägen. Feindlicher Klo erledigt. Ziele auf feindliche Infantrie. Rückke vor, um Infanterie zu neutralisieren. Ähm. So, machen wir mal hier weiter. Hallo, wer schießt denn da? Wow. Okay, kommt nur. Kommt nur. Los, los. Öhm. Nummer eins. Wo ist denn das Ding? Hallo? Was macht die Nummer drei denn da hinten? Ich nehm wieder die Eins ein. Ähm. Ähm. Okay. Ich muss das so machen. Auf die Klo-Einheiten zielen. Wir verlieren A. So, komm mal da hin. So, zack. Da. Los. So, mach mal ein bisschen schneller da. Bitteschön. Ach du Heiliger. Mann, 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 Mann. Das ist gar nicht gut hier. Wohin, Infanterie zu neutralisieren. Mann getroffen. Verbündete Verstärkung kommt zu Hilfe. Bitteschön. Wohin, Infanterie zu neutralisieren. Brücke vor, um Infanterie zu neutralisieren. Hey. Weg da. Du nervst. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Scheiße. Druckstärke erheblich verringert. Na los, das schaffen wir. Zweite Infanterieeinsatz. Dann gehen wir mal da hin und sagen Hallo. Was? Ist es kaputt? Oh, ja. So, ich geh wieder in die Drei rein. Ja. Geschütz. Na los, na los, na los. Shit. Überhitzt, überhitzt. Verstetigt. Feindlicher Klau ausgeschaltet. Ähm, was, was nehm ich denn jetzt? Ich nehm die Drei. Einer muss doch da drüben hingehen. Ach du, meine Güte. Greife feindliche Infanterie. Halt, stopp. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ach du Scheiße. Gut, der ist tot. Alles tot. Ui, lag, 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 lag. Doch, na, die 5 lebt noch. Ah, warum hab ich denn solche Lags? Eine Scar. So, gut, hierhin. Komm, 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 komm. Wo ist die Nummer 3? Da rein. Na, los. Ach, du heiliger. Das ist nicht euer Ernst. Das ist nicht euer Ernst, oder? Ui, das ist ein Verbündeter. Moment. Ein Geschütz hat's überlebt. Welches? Ah, das ist hier drin. Komm, schon noch 28 Sekunden. Dreh dich um, die kommen von da. Nee, von da. Komm, noch 15. Geht doch kaputt. Ja, geht doch. Ich glaub, sie kommen am Schluss von hier. 3, 2, 1. Erwischt. Kümmern sie sich um den Rest der Feinde. Die Infantriebe direkt kommentiert. Lebend gerne. Lebend gerne kümmere ich mich um die restlichen Feinde. Hey. Na los, kommt schon. Na los, na los. Ist das schon alles, oder was? Na los, na los. 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 Na los, na los.